hallo und ein wunderschönes wochenende von eurem home white ich wollte euch heute nur mal eine wunderbare erfahrung berichten und zwar habe ich das solviel hair mangels wollwaschmittel für das waschen meiner lieblingsstücke angewandt und ihr seht ihr ich habe hier einen schönen pullover der ist so wieder richtig weich geworden richtig in die waschmaschine getan mit ganz bisschen in so ein gefäß soll wie her rein so eine kugel ja mit dazu getan und dann das ganz normale wollwaschprogramm habe ich gemacht hier bei dieser jacke die ist eigentlich so synthetische wolle ja aber so ein gemisch halt da hatte ich zuletzt die erfahrung dass die sowie pappig war und das ist auch so ein lieblingsstück was ich also immer zutrage in so der übergangszeit und die ist wunderbar wieder weich geworden und ja so denke ich kann ich eine weile noch meine lieblingsstücke erhalten also ich habe ja schon voll längere zeit mal gesagt dass ich tolle erfahrungen hatte als ich mir rotwein auf meinen ganz neu angeschafften senfgelben schal gekleckert hatte da war ich ganz begeistert damals wie das raus ging und der schal also mir erhalten blieb da habe ich mir damals schon gewünscht dass la villa jetzt auch waschmittel anbietet ist nicht der fall es ist so wie her aber es funktioniert genauso also wer es ausprobieren will macht's mal bis dann tschüss